Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Axel vom Atelier Laszlo. Ich grüße euch. Ich habe heute wieder was Schönes für euch vorbereitet. Ihr werdet das Ganze mit Musik ein bisschen untermalen, so dass es einfach was Schönes heute wieder mal ist, zu relaxen und einfach nur zuschauen. Vielleicht malt der ein oder andere aber auch so ein bisschen von euch mit. Damit ich nicht ganz so alleine hier bin, oder damit ich mich nicht ganz so alleine fühle, habe ich heute meine beiden Hunde mitgebracht, Charlie und Fiete. Und die sind auch schon ganz gespannt. Und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Also ich würde sagen, die legen einfach los. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.